Ich will aber Ich glaube wir werden in dieser Episode sterben Ich habe gerade Vögel gehört Verschiedene Werkzeuge, ich hoffe ich muss sie nicht benutzen Doch bitte nimm sie mit Oder sind das Mäuschen? Ich weiß nicht, wie das Reinigungspersonal mit so einem kleinen Becken zurechtkommt Oh, was ist das? Okay, Dias Worum zum Teufel geht das in diesem Dias? Ja, keine Ahnung Das ist ein DIA-Projektor finden Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel Ich glaube nicht, dass ich die brauche Vielleicht aber schon Das war alles Ich glaube nicht, dass ich das Es gibt hier so viel audiovisuelle Material, dass noch nicht alles ordnet wurde Ja, okay Schön Aha Aha Bricht das doch nicht ab? Ja, beruhig dich, ist alles gut Ja, ich verstehe das auch nicht Können wir uns jetzt beruhigen und dieses Tape zu Ende anhören? Bitte Das ist jetzt Ich bin jetzt bei J, oder? Ja Ich bin jetzt bei J, oder? Ich bin jetzt bei J, oder? Es war einfach nur noch so. Ich ging es auf. Und ich sah eine Bildung von der alten Archive Tür, auf der Bildung. Dann, die Tür begann zu öffnen. Ich konnte nicht nachdenken. Und wenn es öffnete etwas mehr, ich sah die Kontroll-Rolle von unten. Und nicht nur das. Es gab jemanden in der, 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 Ja, da wollen wir auch nicht hin. Dieses schwarze Zeug sieht nicht nur aus wie Schmutz, nicht nur aus wie Schmutz, so seltsam. Was? Hä? Was können wir denn da noch machen? Da war eine Interaktion. Da war aber, draußen war noch eine Interaktion möglich. Schade, das ist hier schon ganz unten. Hier lagert jede Menge Material, wo immer wer kann. Schön, jetzt können wir uns hier verstecken. Da ist ein Ratter. Nix Mäuschenratten. Das ist ein Ratter. 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 Ja, das ist hier alles wieder seltsam. Und keiner fragt sich, warum das hier alles leer ist, oder was? Diese Tür. Die Tür von den Dias. Ich konnte mich dahinter sehen und jetzt ist sie echt und ich kann sie öffnen. Das Bild von den Dias ist eine Tür. Ich kann die Kette abnehmen, aber ich brauche den Schlüssel. Ich muss sie öffnen, um herauszukommen. Es ist alles so dunkel, aber wenn ich hinauskommen kann, vielleicht gibt es da draußen Licht. Hey, Kitty. Achso, das habe ich schon gesehen. Was machen wir hier? Nimm die Dias. Nimm die Dias. Okay. Okay. Wo konnten wir uns doch gleich verstecken? Netzkabel. Ein doppelseitiges Kabel. Ein Ende zum Einstecken in die Steckdose und das andere zum Anschließen eines elektrischen Geräts. Ja. Das alte Archiv ist seit Jahren renovierungsbedürftig. Ich bin nicht überrascht, dass diese Bücher hier drin sind. Sieht so aus, als wäre die Tür offen. Oh, oh. Oh, oh. Wir können sterben. Dann ist es vorbei mit ihm. Ja, oder wer wagt, der stirbt einfach ganz elendig. Nix neuen Leben. Es ist eure Schuld. Es ist eure Schuld. Ja. Ja, noch ist hier nix mit Tadda. Ich trau dem nicht. Ja. Ja. Wundervoll. Wundervoll. Das war höchst riskant, was wir hier getan haben. Und nix, ihr spielt das nicht. War eure Entscheidung. Können wir das Kabel mit dem... Können wir das irgendwie festbinden? Ne, ne? Ich verstehe nicht, wie ich damit den Hebel... Du bindest das da an, ziehst das runter und bindest das woanders an? Achso, dafür müssen wir den Kontrollhebel drücken. Okay. Hm. Ich probiere jetzt einfach mal ganz blöde, dieses Teil einzuklemmen. Die Zange, die wir gefunden haben. Vielleicht... geht das? Man weiß es ja nicht. Wenn er es mit dem Kabel schon nicht machen will. Okay. Will er auch nicht. Das heißt, hier unten sind wir erstmal, glaub ich, durch. Wollen wir mal kurz gucken. Jawohl, hier unten sind wir durch. Ist was schade. Aber oben gab's noch was zu tun. So, bitte lasst mich in Ruhe hier, bitte. So. Haben wir uns angeguckt, oder? Ja. Ja. Oh! Wo ist hier drei. Da sind wir jetzt früh. Ich glaube nie. Oh. Ja. Fragen Sie nicht nachvieißen. Es ist ziemlich gut. Nicht Gott hat dich geschützt! Ich hab das gemacht! Mann, lauf bitte umständig. Also irgendwas können wir hier irgendwo machen. Ach, oh nein. Ja. Ja. Ich habe eine Gefühle, dass es nicht etwas wie eine Klasse gibt. Ja. 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 Hä? Schlüssel kannst du behalten. Ah, okay. Das ist die Spieluhr. Ja. 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 Hattet ihr nicht? Wenn man hier guckt, hat der den Schlüssel in der Hand. Sind das denn die Dias, die wir jetzt hier... Ich geh mal einmal zur Tür, wir werden bestimmt sterben. Macht's gut, Leute. Kann er sein Licht mal wieder anmachen? Okay. Okay. Warte mal. So, was ist auf dem dritten drauf? Ja, auf dem. Okay. Ich bin grad ein bisschen überfragt, was ich machen soll. Ich probiere gerade einfach rum. Irgendwas tun. Wir können nichts tun. Wir müssen irgendwas mit dem Projektor machen. Ich geh hier einfach mal einmal kurz im Kreis, um zu gucken, ob hier irgendwas ist. Sonst gucken wir jedes Bild nochmal an und ich geh bei jedem Bild hin. Ich bin grad ein bisschen überfordert mit dem, was ich machen soll. Warum machst du eigentlich dein Licht nicht mehr an? Wie geht denn das? Also hier ist definitiv nichts. Ach, er hat sein, sein... Ist das sein Feuerzeug? Warte mal. Warte mal. Egal, wir gehen jetzt hier das Bild durch, so. Wobei, vielleicht macht das hier am meisten Sinn. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Also es tut mir leid. Ich bin da gerade... Ist sehr aufgeschmissen. Wir sehen... Ja! Ich styre habe euch einen Ring. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank für deinen Follow Okay, er hat den Schlüssel Dann pack ich das hier her Ich muss mal gucken, was hier passiert Ob hier überhaupt was passiert Ah, warte mal Okay, wartet nicht, ich hab keinen Plan So, jetzt haben wir Kollegen da sitzen, der auf die Tür zeigt Die ein Schloss hat Aber prinzipiell gesehen Brauchen wir ihn Wenn wir da durchklicken, wie er den Schlüssel in der Hand hält Oder? Wir haben so null Hinweis Also ich Wir haben noch kein Dokument dazu gefunden Guck mal, jetzt ist das ein schönes Bild Jetzt ist der Schlüssel weg Jetzt ist überhaupt niemand mehr da Auf dem einen ist eine Tür drauf, ja Wir haben hier eine Tür Hier haben wir Kollegen mit Schlüssel Da haben wir Kabel Da haben wir das Schatillchen mit Schlüssel Da haben wir einen Stromverteiler, denke ich mal Also Tür Niemand sitzt da Noch keine Ratten Schlüssel Jetzt sieht das hier alles nicht mehr so schön aus Weil die Ratten alles kaputt gegessen haben Jetzt steht er da ganz anders Jetzt ist das Dings weg, ne? Passiert jetzt? Oh oh Okay, ich lass das jetzt mal so stehen Und geh da hin und hab Angst Jetzt sind da keine Ketten mehr vor der Tür Nein Okay Oben hab ich weiße Punkte, ja Das ist immer welches Dia gerade Wir haben halt Wir können halt da nichts benutzen Wir haben bis jetzt Das ist das Huträtsel Ich konnte mich dahinter sehen Und jetzt ist sie echt Und ich kann sie öffnen Das Bild von den Dias Es ist eine Tür Ja Ich kann die Ketten abnehmen Aber ich brauche den Schlüssel Ich muss sie öffnen, um herauszukommen Es ist alles so dunkel Aber wenn ich hinauskomme Hinauskommen kann Vielleicht gibt es da draußen Licht Dann haben wir das hier Hatte war auf der Rückseite was? Nö Sonst habe ich jetzt auch Nichts zu machen Hier unten kann ich nur Also brauche ich irgendwas Damit ich dieses Den Hebel unten lasse Um ins Archiv zu kommen Das war alles was wir unten machen können Das heißt wir hängen jetzt an diesem Rätsel Okay Okay, warte mal Was hatten wir jetzt hier? Hier haben wir den Sicherungskasten Hier ist er mit dem Schlüssel Hier sind die Stromkabel Die durchgebissen werden Von den Ratten Hier haben wir das Schattelchen Mit dem Schlüssel Ich glaube zum Schluss muss die Tür sein Ohne Mensch Sicherungskasten Was ist das für eine Aussage? Das hilft mir nicht Was ist für dich viertens? Also Ich würde jetzt sagen Das hier ist die 1 Ganz oben 1 2 3 4 5 Wir haben 5 Positionen Oben ist die 1 für mich 2 3 4 5 So Sicherungskasten Die Tür ist zu Es sind ganz viele Ketten davor Hier ist keine Sau Weil da Licht an ist Wahrscheinlich Da liegt der Schlüssel Wie auf dem Dir Hier ist noch alles gut Weil da Licht an ist Das Licht wird ausgemacht Die Ratten nagen das durch Weil sie Bock zu haben Hier ist alles dunkel Der Schlüssel liegt da Der Typ deutet auf die Dings Und jetzt steht da ein Mann Noch zusätzlich Okay Wir machen mal Die Tür So Licht aus Ratten alles kaputt gemacht Ja da ist eine Tür Ja Ratten sind immer noch da Alles kacke Hat nix gebracht Also ich mach den Sicherungskasten Wieder nach ganz hinten So ich tausche mal Die beiden Ich weiß nicht was wir hier tun No Ich hatte das Ich habe hier Ich habe hier Ich habe hier Ich habe hier schon Ich habe hier Also so kriegen wir die Tür auf jeden Fall ohne. Die Rappen am Anfang kannte ich gerade. Also wir haben jetzt aktuell die Tür am Anfang, dann die Kabel, wo die Rappen das kaputt machen. Dann die Box, dann den Kollegen, dann den Stromkasten. Tauschen mal kurz die beiden hier. Schlüsselmann, Kiste. Einmal probiere ich noch danach, darf ich gerne richtig gespoilert werden, weil irgendwie ergibt mir das gerade nicht so den Sinn. Wolfi, gib die Dings, ich verstehe den Sinn gerade ehrlich gesagt nicht. Okay, eins die Tür, dann das Licht. Das Licht ist ja mit den Ratten, glaube ich. Okay. 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 Ein bisschen verwirrend, aber ja. Geh runter, bitte. Ich will da nicht rein. Wirklich nicht. Kann ich hören? Oh, nein! Was habe ich gete into?